Sondern wenn man nicht darauf achtet? Na stimmt, aber hier sieht man das zum Beispiel noch. Ja, aber wenn man nicht darauf achtet, so im ersten Blick, so im vorbeigehen, wird man es nicht unbedingt darauf achten. Ich glaube auch nie, dass der darauf achtet. Das Kabelstone steigt immer noch an. Ja. Die 64k Platte ist auch gleich voll. Ja, vor allem, ich habe hier ein Dirtblock hingesetzt, einfach damit mein Freund hier aus die Kabelstone Generator nicht sieht. Wobei, wir lassen ihm die Möglichkeit direkt zu sehen, was das Problem ist. Hi. Hi. Kommst du auf den Server? Ist doch gerade gejoint. Ich habe gerade nicht hingeguckt in dem Moment. Was gab es denn leckeres zu essen? Gegrilltes. Du Arsch, ohne mich einzuladen? Ja. Dafür esse ich jetzt ein blau-rotes... Was ist denn das? Erdmännchen? Also, warum steht es hinter meinem Baum? Warum sind wir so... Was ist das? Och, Mann. Die haben dir Geschenke da gelassen. Das sind keine Geschenke. Das sieht einfach nur hässlich aus. Das war ein kleiner Meteoritenhagel. Boah, Melvin, das nehme ich dir jetzt über. Das nehme ich dir jetzt über. Ja, ja, mach ruhig. Kannst du die Größe davon einstellen? Leider nicht. Zehn mal zehn Blöcke. Egal, ich hole einfach... Oh, der Chaos. Ich habe keinen Chaos mehr. Melvin, guck mal. Ja, noch mehr. Ja, hier. Da, 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 da. Okay, wir machen weiter. Ja, ja. Ich hasse alles. Äh, Dirt. Ich habe noch Dirt. Melvin, ich werde dir aber gleich diese Bit-Dinger hier geben, ne? Ich will die Bit-Dinger nicht. Was soll ich mit denen machen? Hier, komm doch einfach mal her. Ich muss kurz meinen Ring ausziehen, sonst... Oh, stimmt ja. Ist ja wunderbar. Wie soll ich dir helfen? Ich kann die... Ich kann die alle auf einmal abbauen. Nee, nee. Ach, Melvin. Fortschritt. Mir nicht... Ab sofort mir übrigens vor allem nicht mehr vor die Waffe laufen. Boah, die Spitzhacke. Mal... Oh, lol. Puhuhuhu. Melvin stürzt ab, aber... Er hat's überlebt. Wie kommt das? Ach, Melvin... Nimmst nicht so tragisch. Genau. Nur von dem sind Mobbing-Klasse. Wir mobben dich doch gar nicht. Hm. Hä, wo mobben wir dich denn? Überall. Immer. Boah, du Arsch. Nee, nee, das ist die Wahrheit. Und hier stehen so viele Träber. Voll safe. Ja, die kann man craften. Ich hab dir die wegen deiner Kirche dahin gesetzt. Aber nee, Melvin, komm jetzt mal ganz kurz her hier. Nee, ich muss erst mal das hier... Nein, komm her. Ich muss das wegchisseln. Komm her, sonst mach ich da die ganze Insel put. Hast du doch schon. Nee, hier. Eins, zwei, drei, vier, vier... Was ist das? Ich hab keinen Platz. Nimm's auf. Dann kannst du richtig schöne Skulpturen herstellen. Was hast du denn da... Was zur Hölle hast du da gemacht? Wiss ich, ich hab das so gesehen, weil ich hatte Langeweile in der Info, da hab ich einfach mal sinnlos Sachen hergestellt. Das sollten jetzt alle Bits hier vorne weg sein, die hier einzeln herum lagen. Ist das ne kleine Miniatur meiner Kirche oder was? Ja, ist es. Das ist das Miniatur von meiner Kirche. Nein, das ist von deiner Insel. Kirche. Von deiner ganzen... Nein. Das ist doch nicht ne Miniatur von der da. Das ist die. Warte mal. Von hier, das Teil. Ja, weil nur die Front ist davon. Ja, deswegen. Also bis hierher... Los. Okay, doch der auspasst. Oh. Ja, Milwin, bitteschön. Ja. Wenn du das passende Holz auf dem Inventar hast, dann kannst du das sogar so richtig schön als Mini-Insel machen. So, jetzt hast du noch mehr Möglichkeiten zu chisseln. Das gibt's zu mir erst jetzt. Ich hab das auch jetzt erst mitgekriegt, dass es sowas drauf gibt. Der Server ist doch selbst heute nach der letzten Aufnahme noch ne Weile an. Stimmt. Die Frage ist, wer dich drauf geht. Ich war doch schon letztens nicht so aktiv. Die Glory Hole, alles klar. Das ist meins. Meins. Ich will dir auch nicht dein Glory Hole wegnehmen. Gut. Ich steh nicht so aufs Spenster. Oh. Bei was? Gut, er ist doch dein Glory Hole. Äh, was machen die Skelette hier? Ja. Das waren die Testobjekte. Ich muss erstmal wieder alles rausschmeißen. Ab ins Wort mit euch. Scheiße, ich kann das wieder vorsetzen. Scheiße. Du wirst ja bestimmt lustig aus. Mist. Hä? Hä? Was denn? Man kann durch die Bits nix davor setzen, das ist scheiße. Ich kenn die Tools alle nicht. Du kannst dich nicht mal da hinsetzen, was ist denn hier falsch? Ach, so rum geht's. Seit wann ist der Schneebolem der Prediger? Wer ist ein Prediger? Der Schneebolem hier drunter. Seit wann ist das ein Prediger? Das ist Schneemann. Ach so, ja. Können wir nochmal darüber verhandeln? Ich bin wenn überhaupt der Prediger. Du bist ein Grache. Ich bin der Teufel. Vielleicht ist das aber auch nur die Braut und Melvin der Bräutigam. Da kannst du wenigstens sagen, weil du bist heiß, wenn er dir zwischen den Fingern wegschmilzt. Oh Gott. Hallo, wie die Krim. Oh mein Gott. Ich töte einfach meine Frau, weil ich heiß bin. Ja. So schnell geht eine Nahtoderfahrung. Das können wir doch mit Sarah machen. Sarah ist aber kein Schneemann. Egal, wir fahren zu ihr hin, töten sie und sagen dann, du warst zu heiß. Sie ist gestorben vor Wärme. Sie ist gestorben vor Wärme. Ja. Warum habe ich hier ein Wasser einmal? Ist egal. Den stelle ich. Äh. Schade. Ich nicht. Schade. Den stelle ich hier drauf. Wo ist jemand? Oh. Oh, ein bisschen weh. So. Nee. Jetzt deine Rüstung kaputt ist mir egal. Ich hab noch eine zweite zur Note. Ich will die nicht alle töten. Ach weißt du was, ich arbeite jetzt aber mit den Hühnern. Das wäre egal. Aber jetzt das, was ich möchte. Ja. Kackung. Was ist denn? Crap hier rausschaffen. Weißt du was? Ich booste jetzt meinen Bogen komplett. Vor allem, was für einen Crap willst du da rausschaffen? Du hast doch nicht mal welchen. Doch. Äh. Warum? Kann ich es klappen voll oder warum kann ich das Holz nicht rein machen? Was war das? Ich war das. Ich hab mal eben, ich hab mal eben um die Hühner. Oh. Ich hab keine Energie mehr. Gar keine mehr. Was du meinst. Wie gut. Warum kann ich nicht mehr ins ME legen? Das ist doof. Ich muss die in Bogen wieder anpassen, dass ich wieder mit schießen darf. Die Festplatten sind doch alle leer. Hä? Ah, ich dachte du bestehst schon wieder nur AFK rum. Nee, aber ich kann nichts ins MP werfen. Also die Festplatten sind auf jeden Fall alle leer. Hä? Was für eine? Hallo? Ey. Nee, egal. Durch den Kisten. Wir machen jetzt keine Mühe draus. Oh, das Hühnchen steht auf Glory Hole. Toll. Das Hühnchen steht auf alles. Soll ich nicht mit Blattmetric anfangen oder so? Das ist bestimmt dein Hühnchen. Das ist bestimmt dein Hühnchen. Der war ganz schön knapp. Ist zwar. Äh, achso. Äh. Ja. Die Leistung ist gut. Schadkjott. Das ist meine Spitzette. Aua. Alles kommt jetzt. Hier kommt da kein Schaden. Alle übernommen. Guck, ich gehe mal ins Buggischen hin. Auch hier in dieses Beneath. Also ich weiß was mit deinem ME los ist. Ich nicht. Ich kenn mich damit nicht aus. Warum? Weil ich mich nicht damit auskenn. Das ist aber schade. Na klar. Finde ich auch. Na klar. Komm. Ja, die Hühner, ne. Na klar. Soll ich dir sagen was mit deinem ME los ist? Das wurde nicht. Oder dir das erzeigen? Melvin. Komm her. Ich zeig dir was mit deinem ME los ist. Was ist damit los? Was ist damit los? Oh. Na klar. Das ist mir so. Oh. Oh. Das dir das nicht so oft gefallen ist wie viel Cabelstone du drin hast. Oh. 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 Und ich war die Cabelstone Menge an. Gut. Dann weiß ich was ich jetzt zu tun hab. Cabelstone muss in den Void. Okay. Ich esse ein Dinosaurier. Mach das. Total professionelle Aufnahme heute. Okay. Vier Festplatten sind gelb. Zwei Festplatten sind gelb. Aber wer braucht so viel Cabelstone? Ich nicht. Vier Festplatten sind gelb. Zwei, drei sind gelb. Fünf sind gelb. Ich hätte mir so viel Cabelstone da rein getan. Ich wahrscheinlich. Was? War bestimmt Tyrox. Genau. Ich tu dir mal deinen Schlüssel wieder rein. Warum immer ich? Weil du immer fies bist. Was? Ja. Hm. Ich bin so fies, dass ich dir da unten ne Erzfarm gebaut hab. Ja, ich spür's. Ja, aber jedes Mal wenn ich auf dem Server komm, ist ne neue Scheiß total. Zum Beispiel diese Meteoritenanschläge. Krieg ich gleich wieder. Stimmt. Wo ist mein Dord? Hachi. Oh Gott. Guten Morgen. Guten Morgen. Das stimmt. Oh, wir haben zwei Festplatten und gelb. Eine Festplatte ist gelb. Nie eine Festplatte ist gelb. Warum sind... Alle sind wieder rot! So, wo ist die Koppelscheiße? Ich will die jetzt wakern. So, mein Redwood weg damit. Wo ist... Wo ist hier? Ich koppel das ab. So ist die Scheiße. Warum hab ich Koppelstone-Generator-Tier-Fölkst? Ich kann grad nicht mehr... Wo ist die Scheiße? Wo sind die Koppelstone-Generator? Wo sind sie? Ich weiß nicht, wie die aussehen, okay? Ja, Maven. Das ist jetzt... Ne? Fliegt unter den Koppelstone-Generator. Wo sind die Koppelstone-Generator? Ach, Maven, du bist nicht so tragisch. Ein von 10-4. Maven, Klasse. Ich weiß! Dass du dich gleich angesprochen fühlst. Ich werde gleich. Das ist aber schön. Ich bin mal kurz auf Kapp. Ja. Alles klar. Ich werde jetzt das ganze Koppelstone einfach rausschmeißen. Ey, Maven. Was? Boah. Was heißt von Stegosauren? Ziem knusprig. Ziem knusprig. Ja. Was ist falsch mit dir? Ich war alles. Das ist schön. Ja. Ich habe sogar gedroppt. Ich zeige euch und hab dann... Okay. Schön. Och. Chance Cube. Ja, was machst du? Äh. Kann ich nicht... Warte mal. Was ist klar? Glutonium. Was glaubst du? Ja. Glutonium kann man für... Ähm? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, warum ist man jetzt noch dieses... Das nenne ich mal echt Pech gehabt. So, da bin ich wieder. Mal jetzt alle auf einmal auf. Also, das Redstone-Blöcke. Wir haben 22 Uhr. Ihr könnt ab jetzt bei mir die Geschenke abholen, die ich für jeden von euch vorbereitet hab. Ja. Jo, warte. Was soll das denn sein können? Warum hab ich ne Angel? Wenn ich euch zu laut bin, dann sagt's einfach. Oh, hier ist ein Creep... äh, blauer Creeper. Ist ein... ein Enchant-Creeper. Ja. Wegen dem Blitz und so, ne? Enchanted-Creeper, du Pisser. Ja, es wirkt. Es... ich kann. Ja, ich kann. Oh mein Gott. Äh, klar. Oder? Ja, es wirkt. Oh mein Gott. Wie schön. Oh. Ich krieg nur Gas. Ja. Alles okay bei dir? Ja, alles okay. Das ist aber schön. Ja. Okay. Ey, ey, Melvin. Was? Das ist nicht... What in the crispy fried chicken? What in the crispy Kentucky... Fried... Was? Was? Ich weiß es nicht, wie das ging. Oh, Melvin. Warum hab ich so viele Chis... Die sind von mir. Äh... Siehste? Und zu mir sagst du immer, ich wär der Böse! Warte, ne Frage. Was hast du hier gemacht? Farming. Hier waren ganz viele verschiedene, äh, Dings. Was hast du einfach gemacht? Äh, äh, Ressourcenärzte. Was hast du einfach gemacht? Äh, Ressourcenärzte. Was hast du einfach gemacht? Was hast du einfach gemacht? Was hast du einfach gemacht? Bis zum nächsten Mal.